Hallo, Jens. Hallo, Thomas. Wie geht's? So weit, so gut, kann ich nicht klagen. Schon lange nicht mehr gesehen. Ist ein Moment her, ja. Wir kennen uns ja... Woher kennen wir uns? Ich habe dich mal angeschrieben, nachdem ich deine Bilder gesehen habe und gesehen habe, wie populär die auf Flickern sind. Jetzt sind wir mal das Kaffee zu trinken und die Zitate sehen wir uns, ja mittlerweile auch nicht mehr so häufig, aber wir haben uns ab und zu mal zum Fotografieren getroffen. Bis du aufgehört hast. Bis ich aufgehört habe. Was dir wahrscheinlich noch ein bisschen Auftrieb gegeben hat? Weiss ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also nicht fotografisch, sondern konvertiell. Ja, was mir natürlich Auftrieb gegeben hat, ist, was du gesagt hast, als ich angefangen zu fotografieren ganz allein und dann du mir mal geschrieben hast, dann habe ich gefunden, oi. Ah ja, stimmt. Also das war nicht ganz irrelevant für mich persönlich. Das stimmt. Wobei eben, ich sehe ja viele Bilder, ich habe damals auch nicht mal Bilder angeschaut und sie stechen einfach hervor. Weil, ja, wir können nachher darüber reden. Ich wollte zuerst auf etwas anderes kommen. Du hast auf deiner Website einen Slogan drauf, du weisst nicht Street-Fotograf, sondern du realisierst, dass du einer bist. Wann hast du das realisiert? Ja, wahrscheinlich jemanden um die Zeit genommen, der mir auch Kontakt aufgenommen hat. So jemanden von vier Jahren, drei Jahren? Drei, vier Jahre. Eigentlich, was ich damit meine, ist, du machst etwas, weil du es gerne machst. Und je intensiver das es machst, und je länger das es machst, desto mehr manifestiert es sich dann quasi wirklich als Disziplin oder als Aufgabe. Und darum glaube ich nicht, also wenn du natürlich Street-Fotograf werden kannst, ich glaube, der organische Prozess ist, wenn du es machst und dann plötzlich merkst, hey, mit dem verbringe ich 80% meiner Zeit. Und was hätte dich bewogen, auf die Strasse zu gehen und nicht, du hast mal Graffiti-Fotografiert, habe ich gesehen, wie bist du denn zu den Leuten gekommen? Wie meinst du zu den Leuten gekommen? Dass Leute fotografierst, nicht nur Graffiti? Ja, das hätte sich natürlich gegeben. Ich habe erstens Strasse gehört zu meinem natürlichen Zuhause. Früher selber Graffiti gemacht und viel unterwegs gewesen. Und dann auf die Leute losgegangen, würde ich mich sowieso für Menschen interessieren. Gesichter, Geschichten. Und eigentlich ist es die Gleichität wie früher. Wenn du einen Rucksack voll Farben hast, hast du einfach eine Kamera in der Tasche. Und du musst jetzt nachgehen am Tag. Korrekt. Kann eigentlich gefährlich werden, wenn es schief läuft. Ja, wie gehst du auf Menschen zu, die du fotografierst? Du tust sie ja nicht ansprechen, also du kommst ja nicht im Dialog mit denen. Ich weiss schon wie das ist. Ich frage jetzt nur für unsere Zuschauer. Wie geht man auf einen Menschen zu, also wir sehen noch Bilder, die sehr nahe sind, wo die Leute sehr direkt fotografiert werden, wie geht man... Du hast eine Kamera. Du hast eine Brennweite. Wie gross ist die Brennweite? Zwischen 35-36mm und 50mm. Mit oder ohne Krop? Mit Krop Fuchifilm. Jawohl. Also 50-80mm. Und du hast mir nicht bewusst, wie nahe du hingehst. Apropos Krop, du kropst das Bild wahrscheinlich nicht. Wenig bis gar nicht. Also du gehst wirklich 1,50m bis 2-3m an einer Person. Absolut. Und wenn ich zu wenig näher bin, dann gehe ich noch etwas näher. Ja, klar. Also immer so von Armlänge davon weg, habe ich auch gesagt. Damit... Du machst aus, wie wenn etwas passiert. Den habe ich dir übrigens geklaut, der Spruch wird nicht sicher. Das kann schon sein. Aber das ist auch... Ja, du musst gar nicht, weil du so eine weite Brennweite hast nicht. Von dem her. Also das ist klar. Aber wie gehst du den Leuten hin? Ja, auf jeden Fall nie gerade. Also einfach mal gerade als Input so... Ja klar, es fällt natürlich auf, wenn man sieht, es wird dann gleich dunkel, wenn jemand... So schlimm ist es nicht. Aber... wenn du sie anzielst und direkt auf sie zugehst. Du schaust sie wahrscheinlich auch nicht an vorher. Nein. Also v.a. in den Augen. Das habe ich mir erst gestellt. Wenn du jemanden mit den Augen schaust, dann weiss der sofort, der will etwas von mir, denn es passiert jetzt noch etwas und das darfst du nicht. Das ist klar. Das ist eigentlich eine Frage, eine Frage für eine Bestätigung. Also wenn jemand mit den Augen schaust, vorher oder nachher. Vorher ist Duffy und nachher ist es okay gewesen. Und da mit höchster Wahrscheinlichkeit beide Fragen mit Nein beantwortet werden, willst du sie gar nicht stellen. Genau. Das ist so der erste Tipp. Also du schaust niemanden an, du machst einfach ein Foto, du schaust sie nur durch den Sucher an. Tust du mit Sucher Fotografieren oder mit Display? Display. 90%. Weil es einfach weniger nach Fotografieren aussieht. Es ist weniger intrusiv. Genau. Zwei Aspekte. Das erste ist, wenn du eine kürzere Brennweite benutzt als 50mm, dann kommst du relativ schnell, wenn du nahe willst, in den 60cm privaten Raum hinein. Wenn du den störst, kommst du keine unbeeinflusste Bilder mehr über. Und das andere ist, wenn du die Kamera hochnimmst und die Leute schicken, du fotografierst, dann geht die Magie auch wieder weg. Also du versuchst, so lange wie möglich zu koexistieren im gleichen Raum, ohne im Privatraum von deinem Subjekt einzudringen. Du bewegst dich auch in diesem Raum etwas länger, damit die Person dich als Teil vom Raum ansieht und nicht als Fremdkörper. Genau. Das erste Bild. Das finde ich eines der besten oder nicht besten, eines, was mir sehr gut gefällt, weil es einfach so intensiv ist, der Blick, und der dich eigentlich anschaut und denkt, was machst du da? Hau ab! Wahrscheinlich irgendwo am Rauchen von draussen, weil du nicht mehr drin darfst rauchen. Was ist die Geschichte dahinter? Die Geschichte dahinter ist, ich war ja immer wieder mehrere Wochen zu New York und ich glaube, Street-Fotografie hat auch viel damit zu tun, das Leben zu lernen. Oder die Stadt zu lernen, den Rhythmus einer Stadt zu lernen, was machen die Menschen wenn und warum. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass die ganzen Businessherren in einer 10 Minuten Pause zwischen den Meetings im Hinterhof gehen und die Zigarren rauchen. Ja. Und dann fangst du das auch systematisch zu machen und dann gehst du schauen. Hast du auch geraucht? Ja. Um einfach einen Teil von der Seele zu ziehen? Nein, das hilft. Du rauchst ja sonst nicht, oder? Nein, gar nie. Selten. Ja, aber man macht Sachen, zum weniger Auffall oder zum mehr einen Teil von der, ja, nicht der Fremdkörper zu sein, sondern eben, dass du ja, dass du wahrgenommen bist als ganz normaler Mensch und nicht als intrusiver Fotograf, sag ich mal. Du brauchst ja das Insberechtigung. Ich möchte niemanden zum Rauchen animieren. Rauchen hat mir aber schon massiv geholfen, mich zu integrieren. So, wenn du etwas Positives würdest, dann in diesem spezifischen Fall bin ich dann einfach, das ist, bin ich noch auf der Strasse gewesen und er quasi an der Wand vom Haus und ich habe einen Grund gefunden, dort zehn Minuten statt zu bleiben. Und ich habe einen Grund gefunden, dass er nicht das Gefühl hatte, das gehe ich um ihn. Ja, klar. Und dann entsteht so eine gewisse Ruhe und wenn du dann nicht nervös bist und nicht anfängst hektisch agieren, dann kannst du relativ lange Szenen einfach bearbeiten, bis du ein Bild hast. Habe ich dich schon beobachtet, wie du mit Ruhe kannst durch die Stadt gehen, mit deiner Kamer in der Hand und, ja, schleichst so ein bisschen rum und drückst ab und bleibst ruhig. Wie viele, wenn du es abgedrückt hast, dann möglichst schnell weg. Das ist alles was du nicht machen darfst. Mhm. Aber ich glaube eben die Ruhe und die, das Gespüren bekommen, wie weit hin kann ich, wo muss ich hin, das ist eigentlich alles Erfahrung und das kannst du gar nicht, also kannst du es lernen, aber es ist irgendetwas, wo du sagen kannst, du musst es genau so machen, du musst es genau dorthin laufen. Das ist einfach so, sehr viele Gespüren, die du nicht mit schwarz-weiss erklären oder beantworten. Das ist so. Ich überlege mir das öfters, weil ich dann gefragt werde, warum sehe ich das und wie weiss ich, wo ich hin muss. Es hat eine gewisse Logik dahinter, wenn du den Raum, wo du dich drin bewegst, 3D wahrnimmst. Mhm. Also was ist der Hintergrund, was sind die Flügel, die Flügel, dann weisst du, wo du hinstehen musst. Ja und es gibt für das Bild nur etwa eine Position, wo gut aussieht. Das weisst ja voraus. Es hat mehrere gegeben, aber das Problem ist, wenn er sich bewegt, muss ich mich mitbewegen, um mich in die Position zu verhindern. Also wenn er jetzt so stehen bleibt, wenn er jetzt steht, dann gibt es wahrscheinlich einen Hintergrund, der einigermassen stimmt, einen Perspektiven, einen Kamerastandpunkt und dann noch eine Bildgestaltung und dann musst du eigentlich genau dorthin stehen. Du weisst mit deiner Kamera, mit deiner Brennweite, wie weit weg das das ist. Und dann musst du dich einfach möglichst langsam dorthin bewegen, möglichst langsam dein Bild machen, versuchen möglichst, du tust dann so, als würdest du an der Kamera rumfummeln, weil wenn du dort am Rauchen bist. Weil Rauchen und Fotografie ist ja nicht unbedingt. Ja, wobei, da gibt es einen anderen Trick. Also ich sage immer, du musst deine Kamera hin- und auswendig haben. Das ist klar, ja. Ich kann natürlich, wenn du meine Kamera anschaust, das ist auch zu so lange. Ich habe gesagt, die Kamera ist alles abgeklebt vor. Erstens ist alles schwarz. Das heisst, es sieht nicht aus, als wäre es eine teure Kamera inklusive dem Ring da innen im Objektiv. Sie sieht sehr abgenutzt aus, dann ist sie brandneu. Sie ist brandneu. Aber das ist gut, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Für mich müsste sie eigentlich noch abgenutzt. Also wenn du meine alte XT2 anschaust, dann kommt da die Farbe weg und so. Und ich liebe jedes kleine Teilchen, das abkommt oder die Farbe wegkommt, weil es wird meine. Und die andere Sache ist, natürlich kann ich das. Mit dem Thumbgrip zusammen, kann ich aus einer Hand schiessen. Also ich kann da machen, was immer. Ein Telefon, eine Zigarette, eine Zeitung, was auch immer. Oder du kannst auch die Kamera so nehmen. Du hast keine Handschlaufe, du hältst sie einfach mit. Du kannst ja grosse Hände. Ja. Also ich muss sie so greifen können. Ja gut, über die Füsse reden wir gar nicht. Ja, also es ist schon so. Du musst die Kamera mit einer Hand locker halten können und kontrolliert das Bild machen. Nicht aus der Hüfte schiessen unkontrolliert, sondern du hast genau über das Display alles im Griff. Mhm. Du kannst alles super framen und wahrscheinlich einen elektronischen Verschluss, den man nie gehört. Logischerweise. Je nachdem, je nach Situation absolut. Das meine ich mit keine Kamera hin- und auswendig. Ich muss die nicht anschauen. Ja, schau. Und ich weiss, wo ich drücken muss zum umschalten von elektronisch auf mechanisch. Und habe die so customised und so eingestellt, dass sie für mich so funktionieren. Den Autofokus? Wie setzt du den? Single Autofokus auf einem relativ kleinen Punkt. Ja, wenn du den willst. Ah, wenn ich einsetze. Zum Beispiel es bei diesem Beispiel zu bleiben. Bei diesem Beispiel ist der Autofokus ziemlich sicher irgendwo zwischen seinem linken Auge und dem Nasenrücken. Aha. Aber du schaust dann schon auf das Display? Absolut. Muss schon. Ich setze den Fokuspunkt extrem bewusst. Ja, klar. Muss schon. Ein nächstes Bild. Eine Dame, die du telefonierst mit einer Spiegelung. Es ist keine 1-zu-1-Spiegelung, aber das Coole ist, dass das Kabel schön... Ich glaube, so etwas zu fotografieren ist, ich sage jetzt nicht einfach, aber es ist einfacher als der Vorteil, weil sie ist fokussiert auf ihr Telefongespräch. Vielleicht kannst du nebenzu auch in der Telefonkabine hängen oder irgendwo dort stehen. Seht ihr aus, was irgendwo drin ist? Darfst du nicht rauchen? Nein, das ist Grand Central Station. Dort darfst du definitiv nicht rauchen. Eben so Zeug sehe ich sofort, aus Erfahrung, wo es sein könnte, dass es irgendwo drin ist. Aber du kannst dich an der Wand anlehnen und kannst dort einfach deine Bilder machen. So in dem Stil. Ich meine, die Challenge bei dem Bild war mehr, Grand Central Station ist voller Standardbilder. Voller Klischees, die versuchst du ein wenig zu verhindern. Dann gehst du mal aus dieser Bahnhofshalle raus. Und das ist trotzdem eine Challenge. Also wenn du die Bilder anschauen, die ich gemacht habe, bis die Schlaufe dort gesessen ist, dann musst du natürlich aus deiner Komfortzone der Wand wegkommen. Und dann fangst du dich an zu bewegen. Es wird nicht unbedingt einfacher. Nein, natürlich nicht. Vor allem wenn du einen Anspruch hast, vielleicht hat der Anspruch gar nicht, du würdest einfach die Spiegelung sehen, die Kamera die Schiebe und abdrücken und zu Hause würdest du sehen, es wäre jetzt noch cool, wenn du sie stimmen. Das musst du schon vor Ort sehen, das ist klar. Aber ich bin nur schon vom Central Station weggekommen und zeige ich, ich hole dich nicht die ganze Halle. Ich suche irgendwo ein Detail, wie die ganze Halle bringst du eh nicht drauf, dass es gut aussieht. da kommt auch nicht die Person. Ja, und ich gehe schauen, wo hat es irgendwelche Sachen, die funktionieren. Irgendwie die Spiegelung irgendwie. Ja, dass dann auch die Person dort steht, wo die Spiegelung auch ist, ist auch wieder etwas, was du finden musst. Ja. Ich bin auch nicht 100% zufrieden gewesen. Ich kann mich an den Moment relativ genau erinnern. Mhm. Und es war dann ein echter Kampf gewesen, für mich persönlich dort die Schlaufe hinzukriegen. Und ich hätte eigentlich noch gerne eine perfekte Reflexion von diesem Hut gehabt. Wenn du siehst, dann würde eigentlich in der Mitte nochmal zusammenlaufen. Ja, aber das ist unter Umständen gar nicht möglich, oder? Je nachdem, wo sie steht. Wenn sie sich mehr nach rechts dreht, also ins Profil, dann hätte das funktionieren können. Okay. Aber sie hat das Streetfotografie. Ja, du kannst das Umfeldlicht, du kannst eigentlich nichts verändern außer deiner Kameraposition. Richtig. Das ist ja so. Bildformat. Also ist das 3 zu 2? Ich glaube... all deine Bilder sind fast in diesem Format. Die sind alle auf der nativen Auflösung von diesem Sensor. Ist das einen Grund? Ja. Äh... Wolltest du eigentlich eine Ausstellung machen? Wolltest du nicht andere Programme beschaffen? Nein, ich glaube, wenn du Fotografie machst, solltest du relativ schnell anfangen, daran zu arbeiten, Sachen in Sequenzen und Serien zu setzen. Und das hat auch viele mit konsequenter Entscheidungen für das Format zu tun. Es ist eine Challenge, dir zu sagen, ich behalte das Bildformat, also ich nehme mir die Freiheit weg, das nachher zu verstückeln und ich versuche vor Ort genau zu schaffen mit solchen Sachen, einen Framinen sauber zu kriegen. Ich glaube, da entwickelst du dich als Fotograf mehr, als wenn du zu Hause am Leiterraum findest. Das mache ich jetzt irgendwie Quadrat oder 16. Ich würde da jetzt wahrscheinlich rechts noch ein Bierwitz wegschneiden, die helle Fläche. Könnte man machen. Ich sage immer, das Motiv sagt, was für ein Bildverhältnis das es sein muss. Und ob es jetzt 25 zu 21 ist oder irgendetwas, das ist mir vollkommen egal. Aber ja, das ist anders. Ja, ich bin Fan von diesem Format. Ich finde, das ist das klassische Fotoformat. Ja, klar. Das ist schon so, aber das ist mir eigentlich klassisch egal. Das ist mir auch bewusst. Apropos Klassik und Klischee. Ja. Das ist jetzt ein Obdachlose, der in einem Busfäuschen schläft. So habe ich das interpretiert. Ja, nicht ganz. Und ich sehe ja fast die Abzielen mit der Frage, ob das das Klischee ist. Die Gegenfrage wäre, sehe ich dort irgendwo eine Unterführung? Sehe ich dort irgendwo eine Silhouette? Ist das Gegenrecht? Aha, nein, nein. Ich meine, nein. Da haben wir schon mal 80% vor allen Klischees ausgeschlossen. Das stimmt. Nein, es ist mehr so, die, die anfangen, fangen meistens irgendwelche Leute an zu fotografieren, die man auf der Strasse häufig antrifft, irgendwelche Strassenkünstler, Obdachlose. Das ist so ein bisschen das Anfangsklischee. Nein, ich meine eben, ist es aus ethischen Gründen, aber da geht es ja jetzt nicht einmal unbedingt, da geht es einfach um seine Posen und seinen Hut und seinen Bart, oder? Und der Gesichtsausdruck. Ja, und auch um die Bildgestaltung. Also der Schnitt, der dort gesetzt wird, ist fast ein Schnitt zwischen dem und der Aussenwelt. Mhm. Und ich benutze das Bild viel an Seminaren, an Workshops, um zu sagen, wir fotografieren eigentlich keine Obdachlose. Und dann erkläre ich, warum ich das Bild trotzdem gemacht habe. Da geht es darum, dass eine Telekommunikationsfirma Werbung gemacht hat, und zu Werbezwecken Häuschen aufgestellt hat, mit Licht, mit Sofas, und er offensichtlich kein Zuhause hat. Das heisst, der Gegensatz von, wir sind zwar in der Lage, aus kommerziellen Gründen ganze Häuser aufzustellen, aber wir haben Menschen, die kein Zuhause haben. Das ist der Grund, warum wir das Bild gemacht haben, und würden links in der Ecke liegen und früher, hätte ich es nicht gemacht. Wobei, wenn ich das mit dem Sofantol höre, sehe ich alles nicht. Das ist okay. Als Betrachter, bin ich da etwas aussenvorgelassen worden. Das ist in Ordnung. Ich glaube, man kann es ein bisschen abstrahieren, und sonst kann man sich immer noch einfach auf Bildgestaltung zurückkehren. Nein, das ist ein gutes Bild. Man sieht einfach den mit dem Häuschen, ich kann auch sagen, das Bushäuschen, mit Glas und so. Aber das Sofa, das sieht man nicht. Wobei, die Frau ist, kannst du alles zeigen, willst du alles zeigen, und wenn du alles zeigen würdest, wäre es wieder nicht mehr interessant, dann wäre es zu viel drauf. Manchmal gefallen mir Bilder nur von der Gestaltung her. Also wenn es grafisch stimmt, dann bin ich schon Ich sage grundsätzlich entweder muss es einen sehr guten Inhalt haben oder sehr gut gestaltet sein. Im Idealfall beides, aber wenn es einfach von beiden stimmt, ist es schon mal auf der guten Seite. Das ist ja inhaltlich jetzt auch nicht unbedingt erzählt. Das ist keine riesige Geschichte. Du siehst einen alten Mann mit einer Spiegelung. Also ein sehr alter Mann, das ist wahrscheinlich ein Penunski. Gerade davon aus, ja. Und man sieht nicht, wo das ist. Man sieht hinten auch jetzt noch Leute. Man sieht eigentlich nicht wahnsinnig viel. Blöd gesagt. Aber es ist trotzdem ein sehr gutes Bild, weil es einfach funktioniert. Ich mache das noch gerne. Ich löse gerne Leute einfach aus ästhetischen Gründen, wenn es funktioniert. Und das ist so ein Bild, was für mich halt gut funktioniert hat. Wobei auch das, wenn du die ganze Serie anschaust, das ist ein ähnliches Beispiel wie das mit der Dame mit der Telefonform. Wenn ich relativ lange arbeite, bis das zusammenfällt und oben quasi richtig rund ist, also dass die Dimensionen vom Kopf stimmen. Das wird dann fast schon grafisch übeln. Und ich habe generell nie einen Titel oder eine tiefere Bedeutung für so ein Bild. Aber es gibt anscheinend irgendein römischer Gott, Janus? Ich bin nicht sicher. Das ist irgendwie spannender. Man sieht immer aufgeladen, die Leute, alles Mögliche. Aber das zeigt ja wieder, dass jeder das Foto ganz anders anschaut. Absolut. Was übrigens auch eine von meinen Theorien ist, wenn du fotografierst, es ist völlig egal, was für eine Emotion du auslösest bei dem Gegenüber. Hauptsache. Es muss eine passieren. Wenn sie nicht passiert, haben wir keine Kommunikation. Und die Emotionen können 20 verschiedene sein. Absolut. Das finde ich eben spannender, wenn du etwas fotografierst, das mehrere Interpretationen zulässt oder die Leute mehrere Sachen sehen können. Du hast einfach mehrere Leute angesprochen mit unterschiedlichen Emotionen, die in ihnen wächst. Mhm. Ein sehr spannendes Bild, weil es aussieht, als wären es zwei Bilder, die zusammen, also durch das, dass unten den Boden draufgelassen hat, wenn der jetzt ein bisschen weiter hinten stehen hätte, hätte man das Gefühl gehabt, wieso setzt er jetzt zwei Bilder zusammen. Die Frage ist auch gekommen. Ja, logisch. Wenn man es nicht so genau anschaut oder auf die Schnelle denkt man, jetzt hat er einfach zwei Bilder nebeneinander gesetzt. Aber das Recht ist irgendein Plakat, eine Werbung. Durch das, dass kein Schriftzug drauf ist, hast du das Gefühl, es sei ein Bild. Und der lernt sich einfach an und macht Pause, trinkt irgendein Glas. Nein, das Handy in der Hand. Leider. Ja, ich finde es immer schön, wenn es keine Handys drauf hat. Ja, aber es wird immer schwieriger. Das ist so, ja. Was ist die Story hinter dem Bild? Die Story hinter dem Bild ist, das ist so ein Schnellschuss, wo man eigentlich einfach glücklich ist. Da habe ich noch gearbeitet bei einer grösseren Firma, ich war in Paris am Bahnhof, auf dem Weg zu meinem Zug. Ich habe das gesehen über die Halbbahnhofshalle hinweg, habe mein Koffer hinter mir hergezogen und bin dann, da sind wir genau da, wo wir angefangen haben, mit einer relativen Ruhe und nicht in einer geraden Linie dann bin ich da hin gelaufen, habe meine Position gesucht, zwei, drei Bilder gemacht und bin weiter gelaufen. Das ist das, was du eigentlich jeden Tag möchtest sehen und so hat das passiert. Ja, logisch. Also einerseits, dass überhaupt einer dort steht, weil das Plakat ist schon immer dort, da könntest du den ganzen Tag darauf warten. Aber dass einer dort steht, der dann auch noch auf die Seite rüber schaut, die Körperhaltung so ist, dass er auf der linken Seite besser passt als rechts, weil rechts ist das Bild. Ja, es ist... Glückliche Zufälle. Das gibt es schon. Ich glaube, die glückliche Zufälle sehe ich eben nur, wenn die acht ist, wenn du draussen bist, wenn du hart schaffst, dann sehe ich sie nicht einfach so, wenn du... Und meistens sehe ich sie, wenn du gar keine Zeit hast oder gar nicht unbedingt parat bist. Ich sage dir eins, du weisst, du kennst die Geschichte auch, also nach vier, fünf Jahren Street-Fotografie, das Finden wird die 50 Mal grössere Herausforderung als Fotografieren. Also du gehst nicht raus und sagst, finde ich echt etwas? Also ich denke, es ist 95% Finden, 4% Bildgestaltung und noch 1% Abdruck. Ja, ich bin einverstanden mit den 95%, aber ich würde sehr sagen, 60% Finden, 40% Bildgestaltung, Entschuldigung, 30% Bildgestaltung, dann noch 10% ist dann noch der ganze Rest. Aber im grossen Ganzen bin ich völlig einig. Aber das Fotografieren an sich ist meistens die kleinste Herausforderung. Du musst näher an eine Person an, aber wenn du so etwas gesehen hast, das schon perfekt stimmt, wo du eigentlich nur noch am richtigen Norden anstehen und abdrücken musst, das ist ja technisch gesehen überhaupt kein Problem. Überhaupt nicht. Hochformat. Ja, kommt vor. Kommt vor. Kommt vor. Immer noch schwarz-weiss. Ja. Der zeichnet irgendwo auf der Strasse und... Hongkong. Ja. Hongkong, Graffiti-Rider auf der Strasse. Ist halt einfach cool, weil er gerade aufschaut, die Zigaretten, die Hand und ein relativ enges beschnittliches Bild. Aber es funktioniert sehr gut. Du musst nicht den ganzen Kopf zeigen, du musst nicht den ganzen Arm zeigen. Du musst sehen, was er macht. Und ja. Es sind eben für mich die kleinen Details, die so Bilder ausmachen. Es ist öfters mal, gerade wenn du editierst, das gleiche Bild vorher und nachher mit einem leicht anderen Blick. Richtig? Ja. Das funktioniert nicht. Ja, und eben, Feel the Frame, also wirklich das Bild ausfüllen mit der Bildgestaltung und nicht einfach einen Haufen oben und unten haben. Denn das ist genau das drauf, was du brauchst. Mehr brauchst du gar nicht drauf sein. Völlig einverstanden. Es ist vollkommen egal, ob es noch eine rote Kappe oder nicht. Es ist auch vollkommen egal, ob alles scharf ist auf dem Bild. Nein, alles muss ja nicht scharf sein. Im Prinzip schaust du auf die Hand oder das Bild oder auf das Zeichnet, und er macht, wie das am hellsten ist. Nachher siehst du die Hand, die Zigaretten und die Augen nachher ist es eigentlich egal. Die sind einfach noch drauf zusätzlich. Das ist so, wobei ich natürlich auch mein Bild gemacht habe und primär auf die Augen gegangen bin. Also ich wollte, ich habe immer gerne Augenkontakt und ich wollte, dass er mich anschaue. Das schon, das schon. Aber ob jetzt die Augen scharf sind oder nicht? Das ist nicht so. Aber du siehst, das ist ein Blickkontakt. Ein Blickkontakt finde ich sowieso wichtig, weil dann gibt es eine Kommunikation zwischen Betrachter und Objekt und es sieht dann auch mehr aus, als hätte er so fotografieren wollen, als einfach nur, dass er irgendwie einfach durchschaut. So ein bisschen zufällig. Das kannst du auch anders machen. Aber was ich immer wieder feststelle beim Anschauen von Streetbuildern ist, du siehst Streetbuilder an, ob sie verstollen, aus den Hüften, aus den Ecken gemacht wurden. Du siehst die Angst vom Fotografen im Bild. Mhm. Und je weniger Angst vom Fotografen im Bild ist, desto stärker ist meistens das Bild. Ja, du siehst halt, wie souverän er auf die Person zugegangen ist, weil es richtig gestaltet ist, auf Augenhöhe und wirklich Konfrontation, als würdest du von diesem Bild machen müssen. Das siehst du im Bild schon an. Mhm. Und einfach direkter, weil sonst ist es irgendwie aus der Hüfte oder aus dem Hinterhalt oder eine längere Brennweite. Das siehst du alles. Du hast Bilder, die keinen klaren Ankerpunkt haben. Ja. Das sind meistens Bilder, die verstollen gemacht worden sind. Weil wenn du einen klaren Ankerpunkt identifizierst, dann schaltest du das Bild um den Punkt. Mhm. Und wenn das absennt ist, dann weisst du, okay, da ist irgendwo entweder eine Hemmung drin oder ein Problem gewesen oder es hat nicht 100% funktioniert. Ja. Was ist der Ankerpunkt da? Ich sehe erst jetzt das Bild auf der Ring. Ich habe immer noch die Schrift gesehen und die Frau gesehen, was aufgekehrt hat. Aber auf dem Bild ist irgendein Polizist mit der Maske. Ja. Ja. Der Ankerpunkt von dem ist, ich bin in Hongkong gewesen 2014. Mhm. Und da ist gerade die Umbrella Revolution gewesen. Und das war so ein bisschen meine Führtaufung mit Protestfotografieren. Ich habe selber Erfahrung in dem Bereich, da möchte ich jetzt im Detail nicht drauf hingehen. Wollen wir protestieren oder mit? Ja, einfach in dem Bereich. Und habe mich dort erstaunlicherweise relativ wohlgefühlt zwischen chinesischem Militär, Polizei und jungen Studenten. Und dann fotografierst so etwas 3-4 Tage und hast ganz viele dramatische Bilder und da wird Zeug geschmissen und geschossen und hast du nicht gesehen. Schlussendlich suchst du ein Bild, das die ganze Situation symbolisiert. Und sie ist in der Mitte einer Strassenkreuzung in Mongkok gestanden. zwischen Polizei und Protester. Und hat die Ausgabe Nummer 1 von dieser Revolutionszeitung einfach so trotzig in die Luft aufgehalten. Das heisst, sie hat nicht für mich gepostet. Und das oben drauf, das hat irgendwann ein freundlicher Menschenflicker mal halbwegs übersetzt. Das heisst so viel wie eine Justiz scheitert im Angesicht der Menschheit. Okay. Und wenn du das dann im Kontext von China und Hongkong anschauen, ist das eine relativ mutige Frau, würde ich jetzt mal sagen. natürlich, ja. Und der Ankerpunkt von dem Bild ist, dass in dem Bild sich für mich das alles ein bisschen zusammenfasst. Ja, es ist schade, dass wir es nicht lesen können. Ja, das ist so, ja. Istanbul, oder? Istanbul, Balat. Jawohl. Besten Teil von Istanbul zum Fotografieren. Du musst ein bisschen mit den Leuten umgehen. Talabashi, würde ich sagen. Talabashi bin ich gewesen, da haben wir drei Leute in Neyran angeschmissen, da wollte ich noch nicht mehr dort sein. Ja, es ist... Entschuldigung. Jeder, der auf Istanbul gehen kann mit der Kamera muss unbedingt auf Istanbul gehen. Das ist eine von den spannendsten Städten, würde ich sagen, weil sie so vielseitig ist und so gross ist. Einverstanden. Es hat sich ein bisschen verändert. Schon noch nicht mehr gewesen, aber... Viel, viel, wirst du mehr angeschaut als vorher. Okay. Aber aus religiösen Gründen mehr als aus fotografischen. Aha. Ähm. Ja, ich nehme nicht an, dass der postet für dich. Überhaupt nicht. Sondern du bist ja selber auch schon in Balat gewesen. Und da hat es viele Kinder auf der Strasse, viele Leute auf der Strasse. Es ist der ursprünglichste Teil von Istanbul. Und er hat gespielt. Und an diesem Bild, und ich finde, das ist auch so ein Bild, ich benutze es immer, um zu sagen, du musst die Wahrheit erzählen zu Bildu. Das ist klar. Es ist kein Kriegsgebiet, man könnte einen Eindruck kriegen. Natürlich könnte man es meinen, ja. Er hat, wenn das Bild vorher anschaut, ist er am lachen. Das Bild nachher ist er am lachen. Und für mich ist es darum gegangen, den Moment festzuhalten, wo er es ernst meint. Also im Spiel, wo er 150 Prozent drin ist. Und darum ist das Bild entstanden. Es ist eine T-Kreuzung, er steht oben an der T-Kreuzung und ich bin unten auf ihn zugelaufen. Auch dort hat er mich von weitem gesehen und ich musste schauen, dass er nicht das Gefühl hat, dass es geht um ihn. Ja, und wenn ich anfangen zu posen oder lachen oder die Kamera-Grimas zu machen, das ist klar. Weil du weisst, die Halabasche ist das Erste, was die Kinder machen. Sie rennen auf dich zu und anfangen an zu machen, ein Bild von mir. Das willst du genau nicht. Paris? Nein, Zürich. Zürich Bahnhofstrasse. Ganz ein altes Bild. Auch ein Bild, wo ich noch mehr an den Bildern gemacht habe, als ich es heute mache. Es sieht sehr überarbeitet aus, oder stark bearbeitet aus. Ja, ja. Es ist auch nicht mehr in meinem Portfolio drin, die ich so auch nicht mehr benutze. Dort habe ich noch versucht herauszufinden, was man alles mit Leiterraum machen und was gut kommt und was nicht. Man kann so weit, bis man merkt, dass es zu viel ist. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und wenn du solche Sachen lernst, heute zum Beispiel, ich bin jetzt gerade daran, die letzten 10'000 Bilder aus New York zu editieren. Wo sind die? Ich könnte dir mal so eins anschauen. Du kannst jederzeit gerne mit mir vorbeikommen für mich anschauen. Die kommen. Meine Logik ist, ich habe jetzt zwei Jahre lang mit diesen Bildern gearbeitet, in dieser Zeit neue Bilder gemacht. Ja. Ich bin jetzt am editieren und nächstes Jahr kommen sicher 20, 30, 40 neue Bilder. Okay. Also zwei Jahre Arbeit. Ich war in dieser Zeit in New York, Istanbul. Das hast du nicht gesehen. Und das ist alles Arbeit, die man zuerst auch bearbeiten muss. Wenn du strukturiert versuchst zu arbeiten mit deinen Bildern... oder? Das hast du nicht gemacht damals. Das ist... Das ist up to you. Ich habe total am gleichen Tag ein Bild aufgelassen. Ich weiss. Ich komme komplett vom anderen Spektrum. Ich sitze darauf ein Jahr. Ich verliere die emotionale Verbindung. Ich lösche alles, was nicht meinem eigenen Anspruch entspricht. Und lasse dann nochmal durcherstrahlen von Drittpersonen, die wieder Züge rausgefallen. Das ist für mich der Prozess. Ich sehe, du gehst ganz anders statt die Fotografie an als ich. Ich habe es einfach... Ich habe es relativ kurz und heftig gemacht. Und du machst es irgendwie einen ganzen anderen... du gehst einen ganz anderen Weg. Was ja auch komplett okay ist. Ja. Ich hätte gerne 100 Top-Bilder. Ja. Und das ist mein Anspruch. Darum ich mich auch bewusst editieren. Dann müsste ich jetzt bei Flickern noch 2500 löschen. Kannst machen. Aber ich glaube auch du kommst locker auf 100 Top-Bildern. Wahrscheinlich schon. Wenn du jemand gesagt hast, ich will irgendwann 100 Bilder für ein Buch haben. Dann hättest du den Approach anders gemacht. Das kann gut sein, ja. Und ich darf nur 100 Bilder publizieren. Dann wäre es natürlich auch ganz anders rausgekommen. Das ist schon so. Ich kann das überhaupt nicht... Aber ja. Wir beide wissen, wieso man schwarz-weiss fotografiert. Wieso ist das bei dir? Ja, verschiedene Gründe. Schwarz-weiss hat für mich mit Zeichnen zu tun. Mit der Wahrnehmung von Graustufen, von Bildgestaltung, von wo ist der Hauptpunkt vom Licht, das Schrafen mit Licht und so Sachen. Es reduziert den Inhalt von einem Bild auf seine Struktur. Mhm. Ob es auf Geschichte erzählen, auf die Dynamik des Raumes. Farbe kann bescheissen. ist aber genauso faszinierend. Ich finde, wenn ein Bild in schwarz-weiss funktioniert, funktioniert es meistens auch in Farben. Ungekehrt nicht unbedingt. Ungekehrt nicht. Aber ja. Ich habe jetzt noch ein paar ganz alte Graffiti-Fotos in Farbe. Das ist richtig. Gibt es irgendeine farbige Street-Fotos? Ich weiss nicht, ob es farbige Street-Fotos gibt, aber es wird 100 pro farbige Dokumentararbeiten geben. Ja, du dokumentierst ja auch irgendwie in Zukunft. Oder hast du auch dokumentiert? Ja. Ich bin dran. Am Langstrasse-Projekt. Es geht sicher noch 2-3 Jahre weiter. Und versuche jetzt Richtung NGO-Fotografie zu gehen. Hast du schon mal Probleme auf der Strasse? Ich sage jetzt, Problem ist ein etwas grosses Wort, aber was war das schlimmste Problem? Weil alle in Angst werden irgendwie physisch angreifen oder so. Gerade du bist von der Statur her, wenn jemand dich physisch angreifen möchte, müsste schon ein bisschen... Ich kann mich aber auch schlecht verstecken. Das stimmt. Das ist der Umkehrschluss. Ich weiss nicht, ob der Vorteil überwiegt oder der Nachteil. Du kannst dich verstecken, das stimmt. 50-50, du musst mit dem arbeiten, was du hast. Natürlich hatte ich schon Probleme, auch schon massive Probleme. Das erste Problem, das massiver war, hatte ich mal in Zürich. Da bin ich mal zwischen 10 motorradfahrenden Läder Skiletträger nachher gestanden, wo das Gefühl hätte ich fotografiert. Das hat sich aber lösen lassen, weil wir gemeinsame Kollegen hatten. In Tarlabaschi haben sie mir schon Eiran nachgeschmissen und jetzt gerade kürzlich an der Bahnhofstrasse in Zürich habe ich strukturiert und ein Problem lösen müssen. Wie strukturiert wir eine Lösung, ein dummes Problem lösen? Naja, du hast verschiedene Probleme. Also, Entschuldigung, das, was mit der Langstrasse passiert ist, hatte damit zu tun, dass du in einen Kulturraum hineingehst, wo du wissen musst, was du machst. dann gehst du bewusst die Risiken hinein und bist vorbereitet. Ähm, das, was in Tarlabaschi passiert ist, da weisst du auch, was du machst. Du gehst in ein Stadtquartier hinein, das potenziell gefährlich ist, du bist vorbereitet, du weisst, wie du wegkommst. Das sind alles so gekalkulierte Risiken. Was neu ist, ist, was mir vor zwei Wochen an der Bahnhofstrasse in Zürich passiert ist. Und ich habe gewusst, dass seit Jahren, dass das so stattfindet, man hat den Sicherheitsdienst positiv für die Juwelierläden etc. Ja. Und ich habe immer gewusst, dass die schauen, was ich mache, weil man schaut natürlich auf Menschen, die mit Kameras lang in diesem Bereich sind. Also das sind Leute, die auf der Strasse laufen und ein bisschen beobachten, was andere Leute machen? Ja, und du hast die in Zivil, du hast die uniformiert, du hast die von der Protectas und du hast die von der Stadt. Okay. Du hast die ganze Armee unterwegs. Ja. Und vor zwei Wochen habe ich gemerkt, wie wir drei Leute nachgelaufen sind und uns aus den Läden heraus angefangen haben zu fotografieren weil sie das Gefühl hatten, ich will einen Juwelierüberfall oder so. Und da musste ich mir sehr entschieden, aber auch aktiv auf die zugehen und sagen, hey Kollegen, ich bin das falsche Ziel. Ich habe dann auch angerufen, dieser Firma und sagte, schau, da ist meine Homepage, das bin ich, ich komme immer wieder. Ah, du meinst, die haben dich sogar mehrmals gesehen und gedacht, kommt der schon wieder. Das ist einfach das dritte da gestanden. Zwei uniformiert, ich bin dann auf der... Er hat drei Tage, er ist wieder da, der wieder Hurt. Nein, jetzt musst du los, jetzt bin ich, der steht da in der Uniform, dann bin ich einfach quer über die Strasse. Also Polizei oder? Protektor. Ja. Quer über die Strasse, nachdem er 20 Minuten angelaufen ist, haben wir gesagt, wie kann ich dir helfen, was ist das Problem? Wo er auf den Herzen ins Funk dreht, und ich finde, rot, rot, rot. Was rot? Ich bin da zum Foto reinmachen. Am gleichen Nachmittag, gut, dann habe ich den Protektor angeläutet und gefragt, wer der verantwortlich ist und habe mich mal vorgestellt und gesagt, das ist meine Homepage. Und dann hat sich das gelöst. Problem ja, auf ganz viele verschiedene Arten. Es ist eine schwierige Zeit für Menschen, die mit Kameras umlaufen. Logisch. Die Leute verstehen schlechten Unterschiede zwischen Dokumentieren und Observieren. Das ist eine wichtige Differenzierung. Ja, und zwischen einem Künstler und einem Pervers. Genau. Kannst du auch so sagen. Oder zwischen einem Juwelierladenräuber und einem Streetfotografen. Ja, ich denke, die Zeiten wären nicht einfacher, das ist schon klar. Es wird zwar alles immer, die Kameras werden besser, die Kameras werden kleiner, aber du wirst schon immer noch als, du schleichst auch irgendwie länger irgendwo rum und das wirkt dann halt schon sehr komisch. Und du kannst halt nicht irgendwie allen deine Bilder zeigen. Das ist halt schon so. Ja, man muss halt dann kommunizieren. Wenn jemand kommt und dann sagst, was du machst, dann ist alles in Ordnung. Also der Herr bei der Protectas hat dann schnell auf meine Homepage geschaut und dann fand ich, ja, ist alles in Ordnung. Kann ich das meinem Team weiterschicken? Ich habe gesagt, dann schickt sie mein Bild bitte jedem, der das interessiert hätte. Ja, für dich ist natürlich sofort alles aufgegangen. Der hat natürlich das Gefühl, du bist jetzt irgendjemand, der irgendetwas auskundschaften. Logisch. Das ist auch seine Perspektive gesehen. Der hat einen Auftrag und muss schauen, dass keiner Juwelier ausraubt. Ich sehe es völlig. Weil das ist schlecht für das Image von Zürich und von Sicherheit und so. Ich sehe es völlig, es war ein sehr respektvolles Gespräch. Und ich habe dann auch ganz freundlich sagen, ich glaube ich wäre der dümmste Juwelierladentieb auf dem Planeten, der sich dann gerade vor der Ladestelle mit der Kamera. Das stimmt. Also das ist schon so, von dem her. Sie hat dann auch ein diskretere genommen, wahrscheinlich optisch. Korrekt. Für einen Anfänger, wie kommt man auf der Strasse an Fotografieren? Indem man Bock hat aufs Leben, indem man schaut und Lust hat, das in Bilder umzusetzen. Ganz einfach gesagt, nimmst du deine Kamera in die Hand und schaust, was Spannendes findest. Und dann tust du technisch zuerst einmal den Prozessmeister davon, wie fotografiere ich das. Das, was so ein grosses Thema ist, bei vielen Leuten, die mich kennen, ist das Erste, was du einfach abhaken und wegkriegen musst. Also einfach, du musst einfach, du stellst auf Automatik oder auf PA, machst einfach ein paar Bilder und schaust mehr, was du inhaltlich siehst oder kannst festhalten. Bei der Kamera ist ja selten, also Technik ist das kleinste Problem auf der Strasse. Du hast meistens genug Licht, ausser bist irgendwo in der dunklen Ecke. Aber ich glaube, technisch ist es das Schwierigste, etwas zu sehen, das Zweitschwierigste ist, dich zu drehen, anzugehen und in kurzer Zeit ein sauberes Bild zu machen, das nicht verwackelt oder richtig belichtet ist. Und einfach, wie viel ist die Automatik auf deiner Kamera? Nicht so, also schon ein Grossteil. Eben, so Blendi hast du Automatik? Nein, Blendi ist manuell. Ja, so gut. Blendi manuell. Zeitautomatik? Zeitautomatik, ISOautomatik, manuelle Belichtungskorrektur, Fokuspunkt setzen, selber fokussieren, Frame. Genau, okay. Also eben möglichst das, wo die Kamera abschieben kannst, ist die Kamera, weil du hast nicht Zeit, alles manuell zu machen. Ja, die Logik ist, meine Kamera ist ein Computer. Genau. Ich gehe auch nicht nach Hause, schaue den Taschenrechner an und sage, das kann ich besser. Schlimm. Und das andere ist, dann musst du dich fragen, was kann ich wirklich machen, wo ich kreative Entscheidungen habe. Wo habe ich einen Einfluss auf das kreative Resultat von dieser Lage? Ja, also Bildgestaltung, Schärfentäufe und so, das ist das, was du beeinflussen kannst. Genau. Okay. Ja, wie hat deine Fotografie dein Leben geprägt oder verändert? Hei, also ziemlich. Ja, schau mal, was wie wo. Was wie wo. Ja, erstens mal, ich habe meinen regulären Job aufgegeben, eigentlich schon bevor ich wusste, ob das mit der Fotografie funktioniert hat. Jawohl. Und dann hat es mein Leben insofern verändert, ich geniesse es rauszugehen und das Leben zu beobachten. Ich geniesse es an meinem Body of Work zu arbeiten, das ist mehr akkumulieren an Potenzial und ich treffe unglaublich viel spannende kreative Menschen. Ich werde eingeladen an Orten. Also Fotografen? Fotografen, Menschen, die sonst in der Kunst tätig sind. Und das ist ein Umfeld, das mich extrem inspiriert und befeuert. Wie viele von den Leuten, die du fotografierst, aus wie vielen Sachen hat sich das Gespräch entwickelt? Du meinst, wen ich fotografieren will? Ich habe dort sehr viel spannende Menschen kennengelernt aus einem Moment, wo ich sie fotografieren wollte, was sie nachher auf mich zukommen konnten oder vorher schon gesagt haben, nein, nein. Das passiert selten, aber wenn das passiert, ist es dann auch sehr spannend. Wenig. Wenig. Sehr wenig. Ich bin halt so diskret. Genau. Nein, ernsthaft, das ist wegen diesem Approach, oder? Zum Teil passiert es, öfters sind es eher Leute, die zuschauen, als Leute, die du wirklich fotografierst. Die sich einmischen, oder wenn du wüsst, was du jetzt machst, wieso und warum. Ja klar, das geht es natürlich auch. Aber ich habe natürlich um die Fotografie, um mit den Bildern, mit den Resultaten, so viele spannende, kreative Menschen gehabt. Ja klar. Und eben, das Ding ist auch, möglichst viel zu reisen und andere Leute zu treffen. Genau. Das beträgt, glaube ich, mehr, als Bilder anzuschauen. Also schon auch, aber mehr so Denkweise von anderen zu sehen oder mit anderen fotografieren, weil jeder sieht es anders, jeder macht es anders, das hat mir am meisten geholfen. Absolut. Also ich kann dir ein Beispiel erzählen aus dem Sommer, als ich in Rumänien war am Visual Arts Festival geredet habe, dort. Dort hat es ein Herr Entschuldigung, der hat Münzen fotografiert. Das habe ich hoch faszinierend gefunden. Also normale Münzen? Normale Münzen und hat sie mit Leichten so ausgeleuchtet oder so, chirurgisch fast, dass er die Leute zum Lächeln bringen oder zum Traurig aussehen oder den ganzen Bereich der Münzen wegmachen. Und dann, das ist überhaupt nicht, was ich machen will. Aber der Fakt, dass der so eine Leidenschaft in das investiert, hat mich auch so interessiert an dem. Wie, warum und so. Und was für Themengebiete in der Fotografie überhaupt gibt. Ja. Dass es nicht nur Landschaft, People und Makro gibt, sondern ganz schräge aber auch sehr interessante Sachen. Das andere ist, Fotografie per se ist ja leer. Da ist nichts drin. Das ist ein technischer Vorgang. Und es ist immer spannend, Leute kennenzulernen, die aber genau die Reflektion dahinter haben, die ein kreatives Konzept haben. Und dann die Fotografie nützen, um das umzusetzen. Das heisst, da ist immer mehr rum als die Fotografie. Also die, die mehr aus der Kunst kommen als aus der Technik. Wenn man auch aus der Technik fotografieren kann, dann ist das schon mal falscher Weg. Ja, aber das ist halt gleich wie der Mechaniker in der Formel 1 Box halt nicht der ist, der weiss, wie man aus der Kurve beschleunigt, sondern der weiss, wie der Motor einstellt. Mich interessiert das beschleunigen aus der Kurve. Und die Menschen, die sich damit beschäftigen. Genau. Also wie die, wenn du ein Schiff bauen willst, nicht Leute finden, die ein Schiff bauen können, sondern weg in eine... Die Bedürfnisse, übers Meer zu fahren. Genau. Ja, einverstanden. Okay. Einverstanden, 100%. Sehr gut. Vielen Dank, Jens. Danke dir, Thomas. Wann fängst du wieder an fotografieren, wenn ich jetzt noch eine Gegenfrage stelle? Sehr schwierige Frage. Ich habe gestern einen Sonnenuntergang fotografiert mit meinem Handy. Sehr schön. Es gibt sicher viele Facebook-Likes. Ich habe es nicht aufgeladen, ich habe es einfach für mich gemacht, weil es einfach schön war. Ich teste jemanden hier mal Sachen, aber so auf der Strasse ist überhaupt nicht. Es ist vorbei. Es ist echt vorbei. Ich sehe zwar diese Sachen, aber das würde ich dann sofort wiederholen. Ich habe mir auch schon überlegt mit der Kamera um die Welt zu reisen und einfach zu dokumentieren. Aber ich habe es noch nicht gemacht. Vielleicht kommt es nur irgendwann. Ja, komm mit. Wir sehen uns. Tschüss. Thomas, Messi. Danke.